Yo, was geht, meine Eierkraule? Ich bin's wieder, euer Apfel. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Hallo, mein lieben Apfelkern, und heute gibt's mal wieder eine Runde in Mario Kart. Da hast du schon die Begrüßung gemacht? Seit zwei Jahren nicht mehr hochgeladen. Egal. Ja, was? Da hast du schon die Begrüßung gemacht. Das Brotwurstrezept beinhaltet zwei Gläser Wasser, fünf Teelöffel, Dynamit, Sprengstoff, 15 Kilo Mehl und dann halt noch Sägespäne und dann hat man Brot. Was? Aber gutes Rezept, wenn ihr das nachmachen wollt, ist es auf jeden Fall in der Beschreibung. Wenn das jemand zu Hause kocht, mach wieder von... bitte Ehre. Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, ist einfach so... Brotwurst. ...weil, wir sind neu ausgezogen, also am... ach, Mama, was hat denn mein Deutsch? Kennt ihr diese kleinen Kinder? Die sind richtig frech. Herr, die Fresse, ich brech... Brotwurst, ich hasse diese Mut. Ja, ich bin blau. Yes, bitches. Hey, warte, wir haben keine... wir haben keine, äh, CPU. Nein, du sparsst. Loh, ich bin irgendwie... Warte, wir müssen abbrechen. Nein, 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 mach so weiter. Ist schon gut. Wir probieren's mal. Okay. Nein, man hat eine Karte, Scheisse. Mein Mord weiß, ich weiß. Ja, aber man sieht sich nicht auf der Karte, zumindest du nicht. Ich habe ihn gesehen. Er fährt da vorne. Echt? Okay. Ich habe schon gedacht, es ist einfach mein Karte. Ja, da kommt die Cool-Lights-Bike im Traum. Ich habe schon mal die, äh, Nutzungsrechte durchgelöstet. Hat mich irgendwie eine halbe Stunde lang. Ja, egal. Wo verkehrt ich dich denn da? Keine Ahnung. Scheisse, Fakten. Äh, Tilo. Ja, hä, wo ist der? Hä? Hä? Ich habe ihn. Hä? Der ist hier, Vater-Links-Fakten. Okay. Kürzlich, äh, schreien wir die Löwe. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Scheisse. Scheisse, der ist gerade schon hier. Oh fuck, ist er nicht. Scheisse. Hat ihn verloren. Boah, Tilo, ich habe mich so Wops genommen. Ich bin ja nicht eine Stunde erst. Nein, 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 nicht deswegen. Ich weine wegen dem, wo du durchgefunden bist. Ja, eben. Wo ist er? Hab ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich habe nicht getrunken. Ja, du siehst es an dem Video, wie krass du dich durchfunden hast. Ich habe mich selbst getrunken. Ich habe nicht getrunken. Ich habe nicht getrunken. Ich habe nicht getrunken. Ich hatte mich selbst getrunken. Ich habe nicht getrunken. Aber er ist auch gar nicht alleine. Warte, ich kann dich treffen, ich kann mich bei dir sagen, aber... NEIN, DU SPARST! Wo ist er denn? Ja, keine Ahnung, der ist mir vorbeigefahren. Er ist auf mich reingefahren. Nein, Person ist wieder im Witz! Nein! Schnell, finde ihn! Wo ist der? Findet ihr ihn? Ich, äh, ich... Hä? Also, wir den nicht finden, obwohl der gerade auf keinen Geruch... Da ist er! Ich seh' ihn! Das musst du auch einfach mal spucken, da musst du auch mal den Asus... Kein Wunder, der ist nicht gewiss, wenn du so toxic bist! Hab' ich! Tausendmal! Und ich würde sagen, das war's mit der Rotwurst-Tour. Klar, man hat noch Geisel im Keller, Windschluss im Schlafzimmer, etc. Braucht man aber nicht zeigen, ist auch nicht so wichtig. Haut rein, liebe Freunde! Ja!